Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen. Wir sind, die wir von einem Brote essen. Aus einem Kelche trinken, Jesu Glieder, Schwestern und Brüder. Wenn wir in Frieden beieinander wohnten, Bebeugte stärkten und die Schwachen schonten, dann würden wir den letzten heigen Willen des Herrn erfüllen. Ach, dazu müsse deine Liebkunst drängen, Du wollest, Herr, dies große Werk vollbringen, Was unter einen Hirten eine Herde aus allen Wirken. Amen. 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 venidos Vielen Dank.